ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate bevor es losgeht wie immer der obligatorische risikonweis vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollen sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche es geht direkt los wir gehen rüber in die x station und wir schauen mal auf den nasdaq 100 es gibt eine leichte korrektur und ein rückgang unter das hoch vom märz 2022 das war ein wichtiges kursziel und dort beginnt der markt eben ja zu zögern es gibt leichte gewinnmitnahmen und die verkäufer könnten dort vielleicht eben wieder lauern wenn es keine schnelle rückkehr über diese marke gibt dann besteht eben korrekturanfälligkeit und die nächste wichtige unterstützung wäre erst bei 14.694 punkten zu finden eine ausführliche anleitung wie man ja mit dieser situation umgehen könnte gibt es in meinem video von heute morgen den link gibt es wie immer unten in der beschreibung schaut euch das also auf jeden fall mal an wir gehen rüber zum dax future auch hier gibt es stärkeren verkaufsdruck der jetzt rein kommt und die langfristige unterstützung beziehungsweise das alte rekordhoch bei 16.294 punkten wird aktuell getestet und auch unterschritten grundsätzlich liegt eine bullische struktur vor deswegen ist zu erwarten dass rücksetzer auch wieder eine chance sind sich dem aufwärtstrend anzuschließen ein neues rekordhoch ist also das wahrscheinlichste szenario und ich persönlich würde sagen dass erst ein rückgang unter die zone zwischen 15.816 und 15.891 punkten eine stärkere technische gegenbewegung auslösen könnte euro dollar wird wiederum von dem widerstand bei 1 0 9 42 ausgebremst und zwar ist das ein wichtiges zwischentief gewesen hier gab es den bruch und eben keinen retest bei der folgenden woche und dort scheint ja letztendlich das paar auf widerstand zu stoßen zumindest kurzfristig wir haben ja nach wie vor einen intakten aufwärtstrend vier tests bei 1 10 33 dann die gegenbewegung und jetzt eben mit der vergangenen woche auch wieder ja eine starke erholung und eine rückkehr über die 1 0 9er marke und das lässt natürlich darauf hoffen dass wir dann bald auch einen fünften ausbruchsversuch bei 1 10 33 sehen um dann eine trendbestätigung zu bekommen gold steht in dieser woche wieder ja unter druck allerdings hat der druck im vergleich zur vorwoche etwas nachgegeben aber insgesamt überzeugt mich das noch nicht so ganz wir haben aber eine schöne reaktion bei 1 934 dollar gesehen das ist der zweite fehlausbruch in folge und nach der stärkeren gegenbewegung könnte das eben auf einen kurzfristigen boden hindeuten und dieser boden könnte genutzt werden um dann zu einem übergeordneten aufwärts impuls anzusetzen wir schauen uns noch mal die struktur an der hochs der vergangenen wochen wir haben den letzten hochpunkt mit dem rekord hoch und dann gibt es eine ganze reihe an tieferen hochs und diese abwärts sequenz muss natürlich durchbrochen werden um weitere käufer anzulocken und eben den markt nach oben zu drücken deswegen würde ich mir auf jeden fall das hoch der vorwoche markieren und schauen ob dieser bereich vielleicht schon in dieser woche geknackt werden kann die öl sorte wti bewegt sich in dieser woche mehr oder weniger seitwärts ist nicht viel passiert aber vielleicht noch mal als recap wir hatten hier einen abwärts impuls dann den richtungswechsel durch den anstieg darüber das ganze wurde auch der schlusskurs oder wochenschlusskurs bestätigt starke abgaben und jetzt eben hier kurzfristige stabilisierungsversuche im bereich der 69 bis 70 dollar und wir haben aber auch eine breitere seitwärtsphase und das bedeutet dass der markt sich zumindest jetzt erstmal fangen konnte aber für mehr optimismus muss der markt eben nach oben ausbrechen und da würde ich mich hier an dieser 74er marke orientieren abschließend noch der bitcoin wir haben eine langfristige unterstützung bei 25.000 und 200 dollar ein wichtiger hochpunkt gewesen zwei fehlausbrüche dann der nachhaltige bruch und jetzt der retest wir haben aber auch hier eine abwärts gerichtete struktur im kurzfristigen bild korrekturen sind natürlich gut solange das ganze oder gegenbewegungen sind natürlich gut solange sie nicht zu stark sind und das ganze auch nicht dazu führt dass der aufwärtstrend gefährdet wird und die reaktion auf die langfristige unterstützung bietet natürlich die möglichkeit etwas mehr daraus zu machen und wichtig wäre vor allem dass man nachhaltig über die 26.481 dollar kommt da gab es viele berührungspunkte in den vergangenen wochen und wenn der markt sich dort eben etablieren kann und das sieht ja eben auch gerade danach aus dann könnten die nächsten widerstände anvisiert werden da würde ich mich bei 27.630 dollar orientieren und dann sind wir wieder bei 30 bis 31.000 beziehungsweise dem jahres hoch ein rücksetzer hier drunter würde bedeuten dass es dann vielleicht zu einem zweiten test kommt der 25.200 dollar marke lasst gerne einen daumen da wenn euch das ganze gefallen hat viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal dann Bis zum nächsten Mal.